Heute Abend geht es richtig ab, oder um es in ihrer Sprache auszudrücken, heute Abend geht sie ab, die Luzi. Denn heute Abend im Kegliani-Festzelt, die Partystars der vergangenen Fußball-Welmen. Die Dorfrocker heute Abend live im Kegliani-Festzelt, der Eintritt ist frei, ihr solltet spätestens um 18 Uhr da sein, um rechtzeitig euch die Plätze zu sichern. Markus und Brüder, die Gebrüder Thomann sind da. Servus, Matze. Ihr habt ja auch eine komplette Band mit dabei, ihr dürft euch die Jungs mal ganz kurz vorstellen. Genau, wir sind zur 5. Die Thomann-Brüder kennt man mittlerweile da, ich meine. Also insgesamt sind wir zur 6. Jetzt sind wir zur 5. Um nachher noch eine Steicherung reinzubringen in den Zelt, haben wir drei Brüder. Und wir haben heute noch dabei den Didi und den Nox, Schlagzeug und Keyboard. Also heute wirklich in der kompletten Band der Sitzung. Fühlt euch hier in Würzburg auch ein bisschen wie in der Heimat. Ich meine, ihr seid zwar weltweit mittlerweile unterwegs, aber doch Unterfranken, kommt aus dem Landkreis Hasberg. Wir sind gerade noch Unterfranken. Wir sind so kurz vor Bamberg, aber gerade noch Unterfranken. Also weltweitlich, man muss sagen, der Bischof, mit dem Würzburger Bischof haben wir gar nichts zu tun. Der Bischof zählt für uns für Bamberg. Okay, warum? Ja, weil wir erst bis zu Bamberg sind. Also das ist kirchlich aus dem 18. Jahrhundert scheinbar irgendwie überliefert. Wir können also zu Bamberg, und das lustig ist, in der Band, der Nox, der ist dieselbe weltliche Gemeinde, Oberaurach, zählt aber kirchlich zu Würzburg. Okay. Also solche Sachen gibt es in Deutschland. Und nicht einmal dieselbe Vorwahl hat er. Obwohl man zwei Kilometer hat. Also wir haben alles anders. Anderer Bischof, andere Vorwahl. Ihr wart quasi wirklich am Ende der Welt. Ich weiß nicht, der Nabel der Welt. Aber man sieht ihn schon zumindest, in Kircheich. Wart ihr schon quasi im Fernsehen zugegen? Wetten, dass? Habe ich mir sagen lassen. Ihr schaut mich so an, als wollt ihr da nicht über sprechen. Doch, sehr gerne, sehr gerne. Es ist noch schon so lange her, dass wir es fast schon wieder verdrängt haben und vergessen haben. Aber jetzt, wo du das gerade sagst, erinnern wir uns auch daran. Wurde ihr jetzt stimmt? Ja, also es war 2000, ja, wir wurden auch Weltkönig. Ja, genau. Wenn du das fragen willst. Ja, und ich fragen, ob ihr wegkönig wolltet. In Deutschland, in der Schweiz war das damals alles. Ich weiß die Wette nicht mehr, weil die Wette nicht mehr war das. Ihr konntet am Klang der Geldstücke erkennen, was für ein Geldstück es ist. Ich schätze das in 20 Cent. Ja, weil du es gesehen hast. Mach doch mal, schnippst einmal. Ich schätze das in 15 Cent. Das ist unfair gerade. Schau mal weg. Ja, okay, ich schau mal weg. Wir machen jetzt weg, ich finde das Brot. Jetzt, Achtung. Zwei Cent. Nein. Ein Cent. Auch nicht.